Moin und willkommen zu Folge 1 des 30. Spieltags von unserer eigenen Bundesliga. Wo ein Duell ansteht, ihr seht schon Bochum gegen Dortmund, aber in echt ganz kurz ist es für die Dortmunder natürlich noch viel wichtiger wie hier in unserer eigenen Bundesliga, denn die haben es wirklich geschafft. Sie haben die Bayern am letzten Spieltag überholt und stehen damit Stand jetzt auf Platz 1. Ich blende euch aber jetzt mal die Tabelle von unserer eigenen Bundesliga ein und ganz kurz, da seht ihr auch, die Tabellenspitze ist genauso spannend wie in echt Bayern auf Platz 1 mit 60 Punkten, übrigens so viel wie in der echten Bundesliga auch der erste Dortmund hat. Dann auf Platz 2 Freiburg mit 59 Punkten, so viel hat in der echten Bundesliga auch der zweite, da sind es halt die Bayern und hier in unserer eigenen Bundesliga steht Dortmund, aber nur auf Platz 3. Ich nehme an mit Platz 2 werden sie nichts mehr zu tun haben, mit 50 Punkten sind sie 9 Punkte hinter dem zweiten Platz, aber für die ist der Sieg, also wäre ein Sieg heute verdammt wichtig, denn die haben richtig Druck hinten. Auf Platz 4, 5 und 6 sind alle Teams 49 Punkte, sprich die müssen hier gewinnen um Platz 3 zu festigen und sollten sie hier heute auch den Sieg einfahren, wären sie am Ende vom Spieltag sicher auf Platz 3. Aber ganz kurz gucken wir zum Gegner, Bochum, blende ich euch natürlich jetzt die untere Tabellenhälfte auch mal ein, auf Platz 16 mit 29 Punkten, punktgleich mit dem 14. und 15. Nur haben das schlechteste Torverhältnis, sprich stand jetzt auf dem Relegationsplatz, aber da unten ist es ja verdammt eng, das heißt ein einziger Punkt kann sie richtig vorbringen und ein Dreier wäre für die natürlich anders krank. Ich bin richtig gespannt, Bochum kann ja heimstark sein, ich will jetzt auch gar nicht mehr viel rumreden, Dortmund übrigens steuern wir selber, weiß nicht ob ihr es gerade gesehen habt, Aufstellung, alles ganz normal, Schlotterbeck ist wieder in der Aufstellung zurück. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch schon rein ins Game, ich habe richtig Bock, lasst doch jetzt gerne unten ganz kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf meinem Kanal. Ich würde mich mega freuen über euren Support, jetzt geht es aber wirklich rein ins Game, ihr seht wie immer die Highlights und natürlich die Tore. Let's go! Erste Torenährung für die Dortmunder, eventuell durch den Freistoß hier von Marco Reus, der kommt gefährlich! Der kommt verdammt gefährlich, Riemann hält den aber auch stark. Nochmal ganz kurz auf den Freistoß aus einer anderen Perspektive und der hätte echt verdammt gut gepasst. Jetzt Bochum vielleicht mal, Guerreiro verliert da unnötig den Ball, in der Mitte ist Hofmann, Kobel, Weltklasse, Parade! Oh, und den kriegt Antti A.J. nicht mehr gescheit in die Mitte. Lucia, kommt Bochum schon wieder, wieder, Hofmann, Pfosten! Oh, nächste große Chance für Bochum. Brandt macht es gut, Bellingham, außen ist Wolf, Wolf, was macht Wolf? Der legt ihn zurück auf Marco Reus, 1-0 für Dortmund! Ja, die zweite wirkliche Chance erst für die Dortmunder, bitte natürlich für Bochum, denn die hatten schon echt zwei gigantische Chancen, muss man wirklich sagen. Gucken wir nochmal ganz kurz aufs Tor. Bellingham auf Wolf, der zurück auf Reus und der schiebt locker ein zum 1-0. Die Ordnung bei Bochum hat da hinten aber auch nicht wirklich gestimmt. Wie können die Bochumer antworten? Vielleicht mit dem schnellen Konter. Süle ist zu spät dran. Asano in der Mitte wäre jemand. Klasse gegrätscht von Wolf hier. Adeyemi, was macht Adeyemi? Adeyemi macht es gut. Adeyemi probiert's! Riemann ist da. Anschließend in der Ecke der Dortmunder, kurz gespielt. Reus, Schlotterbeck legt ab auf Bellingham! Bellingham! Knappes Ding! Vielleicht kommt Bochum jetzt mal wieder zu einer Chance. Antia Cey, Kobel hält schon wieder klasse. Noch nicht vorbei. Asano den lupft aber deutlich übers Tor, aber wieder eine große Chance für Bochum. Haller legt den ab auf Bellingham! Wieder Riemann. Schlotterbeck mit dem riesen Fehlpass. Hofmann nutzt die Chance an diesen riesen Fauxpas von Schlotterbeck aber nicht aus. Brand auf Haller. Stark gespielt von den Dortmundern. Haller lupft den Knicht rein. Was denn? Oh, Kiel, wir sind schon über der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Bochum kriegt trotzdem noch mal eine Chance. Und da ist Asano natürlich. Verdammt, bitte, warum... Ich verstehe ja nicht, warum der Schiedsrichter nicht schon abgepfiffen hat. Aber ich denke, wir werden gleich auf die Statistik gucken, dass das auf jeden Fall in Ordnung geht, dieser Ausgleichstreffer hier. Und jetzt ist eben Halbzeit und wir gucken auf die Statistik genau, wie ich es gesagt habe. Dieses 1 zu 1 geht sogar mehr, wie in Ordnung, weil Bochum echt fette Chancen hat. Die aber nicht bis zumindest jetzt am Ende nutzen konnten. Und wie die Statistik ja auch schon sagt, ein 2-1, ein 3-1 wäre für Bochum hier wirklich verdient gewesen, weil die Dortmunder ja hinten oft zu offen sind und deswegen die Bochumer wirklich riesen Chancen ja schon hatten. Aber ich würde sagen, wir gucken auch schon rein in Halbzeit 2. Dortmund braucht hier unbedingt den Sieg. Bochum wäre aber dieser eine Punkt verdammt wichtig. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht in Halbzeit 2. In der anscheinend Dortmund die erste Akzente setzen will. Klasse von Guerreiro auf Adeyemi. Der erste Kontakt war nicht gut, deswegen kann er ihn nicht in eine gute Schussposition mitnehmen. Ja, zu spitz dann der Winkel. Mal schauen, ob die anschließende Ecke was mit sich bringt. Reus in der Mitte ist Nico Schlotterbeck. Guerreiro, Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck, Haller, wieder geblockt, Haller. Oh, Fehler von Guerreiro. Hinten, Asano, macht er jetzt sein Doppelpack, Asano. Kobel hat da was dagegen. Süle schickt Adeyemi, starker Pass, Adeyemi. Der ist natürlich verdammt schnell, ist jetzt auch vor Riemann. Und der ist aber schon wieder stark zur Stelle. Freistoß für Bochum, den hebelt da rein. Kobel muss da hin. Anschließender Konter. Bochum ein bisschen offener wie sonst. Adeyemi schon wieder vor Riemann. Aber das ist ja... Da geht er in Zeiten aus. Brandt auf Adeyemi. In der Mitte ist Josefa Mokoku. Scheitert an Riemann. Brandt löffelt den Licht ins Tor. Oh, jetzt ist Dortmund ein bisschen vorlässig. Dortmund setzt jetzt hier arg unter Druck. Was macht Riemann da? Wow. Bellingham auf Adeyemi. Ja, da ist vielleicht was drin. Adeyemi macht es stark. In der Mitte ist Mokoku. Verteidiger aber Riemann hält. Brandt. Chan startet. In der Mitte Mokoku. In der Mitte. Josefa Mokoku dreht sich um seine eigene Achse. Schuss geblockt. Brandt kommt da nochmal. Hinten der eingewechselte Reiner. Schlotterbeck. Wieder Riemann. Wieder erneut Ecke. Der eingewechselte Reiner. Mokoku. Bayo Gittens. Auch eingewechselt. Tor. Und es müsste die Entscheidung sein, weil Bochum in der Halbzeit 2 gar nicht mehr präsent war. Deswegen geht dieses 2 zu 1 für den BVB in meinen Augen auch auf jeden Fall in Ordnung. Wir gucken nochmal ganz kurz aufs Tor. Ecke kurz gespielt. Brandt. Reiner. Mokoku. Bayo Gittens. Ein verdammt wichtiger Treffer für die Dortmunder. Damit jetzt eben 2 zu 1. Es gibt nochmal Ecke für Bochum. Okay, mich überrascht ein bisschen. Riemann nicht mit vorne. Die Ecke kommt. Holtmann kriegt die zweite Chance. Holtmann. Hinten ist jemand. Kobel. Verdammt wichtige Parade. Machen die Dortmunder das jetzt schnell? Sie machen es wirklich nochmal schnell. Und Reherson schickt Mokoku. Mokoku. Partie ist jetzt eh schon entschieden. Macht er aber den ganz endgültigen Deckel drauf. Macht er aus eigener Ecke von Bochum. Gut. Kann man ihm aber keinen Vorwurf machen. Macht Dortmund die endgültige Entscheidung. Damit also 3 zu 1. Und das war es mit der Partie. Der Schiri pfeift also ab. Wir gucken natürlich jetzt sofort auf die Statistiken. Und die sehen so aus. Ja. Wie ich es mir diesmal auch wieder gedacht habe. Bochum hatte glaube ich 3,2 erwartete Tore. Also in Halbzeit 1 schon. Und in Halbzeit 2 kam einfach gar nichts mehr gefühlt von denen. Klar. Noch 1, 2 kleine Chancen. Aber Dortmund komplett dominant. Doppelt so viele Schüsse. Erwartete Tore. 1,5 mehr. Gutes 3 zu 1. Kann man jetzt sagen. Vielleicht dann ein Tor zu hoch. Ist den Dortmundern aber völlig egal. Denn ich blende euch jetzt mal die Tabelle ein. Ich habe es eigentlich am Anfang ja schon erwähnt. Dortmund jetzt sicher Dritter. Auch am Ende von dem Spieltag. Völlig egal wie lade sich Frankfurt und Union spielen. Und um die Spiele nicht zu verpassen. Lass doch jetzt gern. Rechts oben ganz kostenloses Abo da. Ich würde mich wirklich mega freuen über euer Support. Und rechts oben. Ne links oben. Verlinke ich euch dann mal die Playlist von der Mr. Anox Champions League. Zieht euch die auch auf jeden Fall mal rein. Da geht es in guten 2 Wochen ins Halbfinale. Das heißt wie gesagt Abo lohnt sich. Schaut in die Playlist mal rein. Das war es aber wirklich mit dem Video. Macht es gut. Und natürlich hoffentlich bis zum nächsten Mal.